hallo fröhlich kleiner einblick am set hier könnt ihr einmal ein bisschen sehen wie es von am ende hinter der kamera aussieht oder von einer anderen seite sozusagen das heißt sie kriegt ja einen kleinen einblick hier ist gerade ein video gedreht worden zum thema möhren und möhren schneiden zu bereiten was man so in richtung kochen alles machen kann so kleine einblick am set möhren klein schneiden in verschiedenen varianten ganz liebe grüße eure rose fröhlich